Musik Hallo, ich bin Charlene Wilk. Ich habe einen Roman geschrieben und in dem geht es um alles, was Frauenherzen bewegt, außer um Schule. Dieses umfangreiche Thema habe ich mir für das nächste Buch aufgehoben. Im Mittelpunkt stehen die drei Freundinnen, Pepper, Miriam und Isabelle. Die sind Ende 20 und erörtern gemeinsam die wichtigen Fragen des Lebens. Zum Beispiel, gibt es denn Mr. Perfect tatsächlich? Oder was wäre eigentlich die korrekte Antwort meines Partners auf die Frage, findest du mich eigentlich dick? Ich greife die Dinge auf, die wir Frauen eigentlich gerne verheimlichen und gehe auf die Situation ein, in denen wir uns auch gerne mal verstellen, um einen Mann zu beeindrucken. Denn oft denkt eine Frau beschämt, mein Gott, so ein Mist passiert aber auch nur mir. Es ist aber in Wahrheit gar nicht so. Musik Musik